Warte, ich will mit. Wie geil ist das denn? Alter, nice. Willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir den ersten Schrein gemeistert, nachdem wir den Sonao-Geist von Rauru getroffen haben, der uns empfohlen hat, diesen Schrein zu machen, damit wir unseren Arm, den wir von ihm haben, stärken können. Und in diesem Schrein haben wir eine tolle Fähigkeit bekommen, nämlich die Ultra-Hand, mit der wir Objekte in der Nähe bewegen können und auch zusammenkleben können. Ziemlich krass, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, egal ob Zelda oder nicht, dann folgt mir gerne, beziehungsweise könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und mir einen Like hinterlassen. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Social Media folgen, ihr findet mich auf Instagram und auf Twitter. Sucht einfach nach SkyStormer23 und dann werdet ihr mich bestimmt finden. So, jetzt habe ich Folgendes vor. Ich möchte mir für diese Folge ein Ziel setzen und zwar ist das irgendwo einen guten Überblick zu bekommen und den nächsten Schrein zu finden. Da drüben sind wir ja, glaube ich, schon gewesen in der letzten Folge. Jetzt muss ich mal gucken, sehe ich denn von hier aus irgendwo zufällig schon einen weiteren Schrein tatsächlich da? Hier, Moment mal. Das ist der, wo wir schon gewesen sind. Bei dem sind wir schon gewesen in der letzten Folge. Gut, gut, gut. Lasst mich mal nicht ein bisschen umblicken hier überall. Hoffentlich gelingt mir mein Vorsatz für diese Folge. Das ist nicht ganz so planlos umher, Ehre. So, ich sehe hier irgendwas Interessantes. Solche Hügel sind in der letzten Folge meistens immer interessant. Gerade wenn so ein riesiger Baum daneben steht. Und dieser fette Baum da rechts, der sieht auch sehr interessant aus. Den checke ich auch gleich mal ab. Haben wir hier irgendwas? Nein, leider nicht. Schade. Okay. Des Weiteren wäre es schlau, etwas nachzuholen, was ich verpasst habe. Wenn es denn noch möglich ist, das zu holen. Aktuell. Ich weiß gar nicht, ob ich dorthin zurückkehren kann, wo ich das übersehen habe. Da muss ich schon fast sagen. Und hier war ich, glaube ich, auch noch nie. Hey! Kannst du mir etwa das kochen? Ach ne, ich möchte nicht warten. Ich möchte bitte sprechen mit dir. Nein, ich möchte nicht warten. Ich möchte sprechen mit dem Konstrukt. Das wird schmecken, da bin ich sicher. Bitte verzeih meine Unaufmerksamkeit. Ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich doch zuvor noch gar nicht getroffen. Dann lass mich eine Sache erläutern. Wir Konstrukte erfüllen diverse Funktionen. Dazu gehört es Leuten wie dir alles Mögliche zu erklären. Wenn du Fragen hast, wende dich an ein Konstrukt. Wir werden sie stets beantworten. Also, möchtest du mehr über das Kochen erfahren? Kochen? Oh, wenn du so fragst, ist Kochen wohl absolutes Neuland für dich? Naja, eigentlich nicht. Ich weiß ja eigentlich bestens Bescheid von Breath of the Wild, aber du kannst mir trotzdem gerne mal deine Tipps und Tricks verraten. Nun denn, ich werde dir die Grundlagen des Kochens beibringen. Jo, mach mal. Kochen, Schritt 1, Zutaten in die Hand nehmen, Schritt 2, alles in einen Topf und über einem Feuer werfen. Guten Appetit. Aber die Welt des Kochens bietet noch viel mehr. Man muss sich nur ein bisschen einarbeiten. Die Kombination von Zutaten ist der Schlüssel zu vielen verschiedenen Speisen, die ebenso viele Effekte haben können. Manche Speisen halten warm, manche gewähren neue Ausdauer. Insekten und anderes Kleingetier ergeben zusammen mit Monsterteil Medizin. Diese ungewöhnlichen Zutaten solltest du aber nie mit gewöhnlichem Essen in den Topf werfen. Dies alles weiß ich freilich nur dank meiner Erschaffung, denn selbst habe ich kein Bedürfnis für eine Hau. Such mich gerne wieder auf, wenn du Fragen zum Kochen hast. Ich werde meinen Posten nicht verlassen. Okay, alles klar. Ja, wunderbar. Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, können wir auch an Kochstellen warten, bis es Tag wird. Ich würde sagen, ich koche jetzt gleich mal was. Und zwar schnappe ich mir dafür einen Pilz und eins, zwei, drei Chilis. Let's go. Ein scharfes Obst mit Pilzen haben wir gekocht. Ui, nice. Füllt dreieinhalb Herzen wieder auf und gewährt mir Kälteschutz für acht Minuten. Lässt dich große Kälte aushalten. Level 1. Unkonventionelles Gericht, bei dem die Süße des Obstes einen spannenden Kontrast zum Aroma der Pilze bildet. Warum nehmen wir da jetzt Obst dabei? Ich habe jetzt irgendwie nur Pilze mit Chilis vermischt. Aber gut. Ich würde sagen, das mache ich direkt nochmal. Das heilt jetzt vier Herzen. Vier komplette Herzen. Und sogar noch eine halbe Minute drauf. Nice. Ja, je nachdem, was du hier kombinierst, bekommst du verschiedene Gerichte heraus. I like. Was könnte uns denn noch helfen? Sputling. Damit wir schneller unterwegs sind. In die Hand. Eins, zwei, drei. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich nur die koche? Da bekomme ich einen Sputpilz-Spieß, der mir drei Minuten einen Tempo-Boost von Level 1 verschafft. In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben ist das Auge mit. Ja, nice. Wunderbar. Das bussen wir jetzt mal auf Stufe 5. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da werden fünf Herzen geheilt und ich bekomme einen Tempo-Boost von fünf Minuten auf Level 2. Ja, nice. Wunderbar. Was kann sich das sehen lassen? Gehst du schon wieder schlafen? Ist dann schon wieder Sonnenuntergang? Sieht mir sehr aus. Da sind gleich noch eine neue Sputlinge. Sollte ich mich dann aber doch langsam mal dran halten, einen neuen Schrein zu finden. Denn wir wollen natürlich schnellstmöglich und so gut wie möglich vorankommen, ohne groß rumzutröbeln und unseren besonderen Arm weiter stärken, logischerweise. Hallo. Ich liebe es, den Tempel der Zeit von hier zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihm zu erfreuen. Um mich an ihm zu erfreuen. Der Garten der Zeit liegt so friedlich da. Als sich die Zeitglocke durchbricht, gelegentlich die Stille, um den Morgen oder den Abend einzuleiten. Mit dem Klang der Glocke wandelt sich das Antlitz dieser Insel. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühürmchen. Ja, ich habe diesen Ort stets sehr genossen. Okay. Kann ich mir gut vorstellen, was du meinst? Genau dieser fette Baum da hinten, den wollte ich mir noch anschauen. Den wollte ich noch genauer unter die Lupe nehmen. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich. Dann weg dorthin versuche ich mal ein paar Schleichwürmchen mitzunehmen. Was aber schwieriger wird, wenn der Link plötzlich einfach so aufsteht. Glücklicherweise gerade eine Ausdauerschrecke erwischt. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht ergibt sie eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Nice. Vielleicht gerimmt es mir jetzt sogar mal... Oh, genau. Eine Sportkröte auf zusammen. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Nice. I like. Gut. Darin sind wieder diese komischen Löwesen. Aber jetzt kraxeln wir erstmal hier den Baum hinauf. Ist hier etwas? Ja, ein Vogelnest. Sogar zwei. Mit Eier. Ein frisches Ei, das sich oft in Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Ja, wunderbar. Immer her damit. Ich mag Eier. So. Was ist denn da drüben? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Was ist da hinten? Oh mein Gott. Hey, da hinten ist noch ein Schrein. Jetzt habe ich einen gefunden. Da hinten ist ein Schrein. Erstmal markieren. Bing. Perfekt. Zack. Wir müssen noch gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ja. Das sind auch nochmal ein paar Eier. Ja, wunderbar. Oh, es geht da unten ab. Das ist ein Battlefield und eine Kiste. Das gucke ich mir jetzt mal schnell an. So dritt sind die da. Okay. Oh nein, sie haben mich schon gespottet. Sie haben mich schon gespottet. Oh, da ist ein Bogen. Ich schalte dich doch zuerst mal aus, ne? Aber dafür benutze ich nicht meine Axt, sondern da würde ich gerne ein bisschen was weniger starkes dafür benutzen. Zum Beispiel meinen einfachen Stock. Und die anderen beschmeißen mich einfach mal mit Steinen. Alles klar. Was haben wir denn da? Einen Holzbogen. Standardgegenstände. Du hast ein Schild, ne? Du hast ein Schild. Das ist ganz gut. Oh, Ausweich kommt da. Sehr gut. Springe im letzten Moment vor Angriffen zurück, um ein perfektes Ausweichen aufzufangen. Nice. Wie schalten wir denn zuerst aus? Moment. Was ist das? Nice. So, dann schnapp ich mir die Waffe von dem hier. Sonst hast du auch dran glauben. Und dadurch wird die Trüge geanlockt. Cool. Gar nicht mal so unähnlich wie in Breath of the Wild. Und hier haben wir jetzt was? Einen verrosteten Schild. Dieser Metallschild hat wahrscheinlich einmal einem Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Cool. Nice. Und ein verrostetes Schwert, welches ich leider nicht mitnehmen kann. Das wird geändert. Auf den Boden damit. So. Wunderbar. Nice. Das war doch gar nicht mal so schwer. Bisschen Stuff looten. Okay. Und was haben wir hier Schönes? Ein Opal. Ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Nice. Der sieht ja fast genau gleich aus wie in Breath of the Wild. Oh, was ist das denn für ein großer See? Den müssen wir irgendwie überqueren, um zu diesem Schrein zu kommen. Wie sollen wir das wohl anstellen? Was ist das da drüben? Wo ist denn nichts? Ich will zu meinem Freund! Was machst du denn da? Liegt einfach ein Krog mit einem Rucksack herum. Oh nein, oh nein! Wo ist noch mein Freund? Hm? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krog, also ein Waldgeist. Und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Da drüben ist der andere. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich bereiten, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft. Ich kann mich kaum bewegen. Okay. Hm. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube, ich weiß schon, was ich tun muss. Ich muss hier wieder irgendwas skurriles zusammenbasteln, nicht wahr? Nicht wahr? Genau das werde ich auch probieren. So. Dann gib mir mal meine Hand. Zack. Schnapp ich mir hier mal einen Baumstumpf. Und dann werde ich den so mit diesem Baumstumpf hier zusammenklüben. Das ist so weird. Dann schnapp ich mir einen süßen Haken. Und drehe ich den mal so. Genau. Am besten so. Dann. Kann ich denn da in die Mitte setzen, irgendwie? Kann ich denn da in die Mitte setzen oder geht das mal links und rechts? Kein Moment. Vielleicht geht das, was ich hier vorhabe. Vielleicht aber auch nicht. Ich probiere es aus. Vielleicht könnte das zum Funktionen. Kommst du immer noch nicht aufrufen. Ach, warte. Ich kann dich einfach so mitschleppen oder was? Als ob. Als ob. Jetzt kann ich den da dran kleben oder wie? Nee, nee, oder? Tatsächlich. Nee, nee, nee. Oh nein. Jetzt muss ich das noch irgendwie anschieben oder was? Na, komm schon. Warte, ich will mit. Wie geil ist das denn? Alter. Nice. Jetzt mache ich dich wieder da runter. Da bist du ja. Du hast meinen Freund hergebracht. Danke. Viele habe ich nichts, das ich dir geben könnte. Aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Zwei Krogsamen. Oh, nice. Ich kriege mir einfach gleich zwei auf einmal. Wie cool ist das denn? Dank dir bin ich am Ziel. Ach, danke schön. Ist das cool. Eine kleine Mini-Side-Quest von einem Krog. Nice. Was haben wir hier jetzt noch so? Warum liegen hier so viele Pfeile? Warum liegen hier so viele Pfeile? Und so viele Pfeile, meine Güte. Eigentlich war das geplante Folgenende bei 20 Minuten. Das hätten wir jetzt schon wieder erreicht. Aber ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich wollte eigentlich zu einem neuen Schrein kommen. Aber immerhin habe ich einen neuen Schrein gefunden. Das ist doch, glaube ich, auch schon was wert. Allerdings könnten wir noch probieren, dort hinüberzukommen. Dann wird es auch schon wieder Tag, offiziell. Soll ich einen Baumstamm hier und ein Segel? Was auch immer ich mit dem Segel anstellen soll? Hm, ich könnte das theoretisch mit runternehmen. Vielleicht brauche ich das bestimmt dort unten. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Darum werde ich jetzt einfach mal Folgendes tun. Ich baue meine Konstruktion ein bisschen hin und klebe noch einen dritten Baumstamm hier dran. Das war genau so. Genau. Dann kann ich nämlich den Haken hier loslösen und einmal so hier dran kleben in die Mitte. Wie der andere. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aushaken. Jawohl. Meine Gondel. Und dann kann ich die hier wieder einhängen. Und dann geht das noch nicht los. Okay, gut. Dann kann ich jetzt bestimmt noch hier das Segel nehmen. Dann wäre er theoretisch noch ein Haken. Ich schnappe mir jetzt mal das Segel. Dann drehe ich das mal so aufrecht. Und dann klebe ich es mal... ...so da dran. Ach Gott, wie das aussieht. Warte. Das gefällt mir noch nicht ganz. Ich würde das gerne da, wo man dran kleben. Wie das aussieht. Das ist aber immer noch verkehrt. Oh nein. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Nicht losfahren, nicht losfahren. Jetzt kann es losgehen. Okay, das bringt mir ja weniger. Aber wir fahren ohnehin schon. Ist das lustig. Wow. Holprige Landung. Ah, ich mag dieses Segel. Irgendwie ist es cool. Irgendwie ist es echt cool. Muss ich schon sagen. So, was geht hier unten jetzt vor sich? Kommt starker Wind von hinter mir. Oh, hallo. Na? Oh, der hat eine größere Keule. Der hat eine größere Keule. Gute Nacht. So, was ist das für ein Prügel mit 5 Damage. Aus dem Ast eines Baumriesengefertigte, nicht sehr robuste Schlagwaffe. Wie man sie jedoch im Kreis schwingt, ist ihre Angriffskraft gar nicht so zu verachten. Das Ding würde ich liebend gerne mitnehmen. Darum lasse ich jetzt mal diesen Stock hier. So. Einen schönen Krügel haben wir jetzt hier. Wunderbar. Ho, ho, ho. So, dann haben wir hier wieder ein paar Vasen. Und eine Steinachs liegt auch hier oben. Die brauche ich aber nicht. Ich habe zwei Stück. Das sollte reichen. Denkt ihr, da hinter dem Wasserfall ist irgendwas? Wie möglich ist es. Da vorne liegt je wieder ein Segel herum. Das deutet doch ganz eindeutig darauf hin, dass wir hier ein Floß zusammenbasteln müssen. Oh ja. Warum gibt es hier so viele Steinächste? Oh, warte. Das ist eine Stein-Zweihand-Axt. Oh mein Gott. Und hey, ein Schleim. Tschüssi. Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Nice. Da ist gleich noch einer. Eine große Stein-Zweihand-Axt. Die würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Weißt du was? Dann lasst ihr hier jetzt auch dann glauben. Oh yeah. Aus dem Ast eines Baumriesen gefertigte, nicht sehr robuste Schlagwaffe. Wenn man sie jedoch im Kreis schwingt, ist ihre Angriffskraft gar nicht zu verachten. Hat die dieselbe Beschreibung wie der Profil hier? Also. Okay. Was ich übrigens noch zeigen wollte, was ich herausgefunden habe, ist, man kann jetzt irgendwie... Wirken das dann. Irgendwie war es möglich. Ah da! Kannst du so Rezept auswählen. Was du damit herstellen kannst. Kannst du aussuchen, was man damit herstellen kann. Und dann kannst du das gleich in die Hand nehmen. Je nachdem, was du halt schon damit hergestellt hast. Das ist ja so cool. Ich würde sagen, das erledigen wir dann in der nächsten Folge. Dann werden wir dann diesen großen See überqueren und in den dritten Schrein hineinschreiten. Da unten muss sonst auch nichts mehr, oder? Das sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Oh ja. Und wie? Kann einfach unter den Wasserfall längs laufen. Das ist ja cool. Ein paar Sportmenge mitnehmen. Und da hinten ist gar eine Truhe. Ja, nice. Die gönne ich mir jetzt noch schnell. Was haben wir denn da schönes? Es ist... Ein Wärmstein! Cool. Sonst noch was hier? Oh ja. Eine brückliche Wand, die ich aber leider noch nicht öffnen kann. Okay. Das sollten wir uns mal merken. Wer weiß, wann wir da eine Fähigkeit für bekommen, wo wir dann mit mäßigen Steinwänden interagieren können. Gut, das soll es dann aber auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier diesen riesigen See überqueren und den zweiten Dungeon bzw. den zweiten Schrein überqueren. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und ciao! Aua! Das ist doch! Das ist doch! Das ist doch! Was!